Ja, muss nicht immer gleich bedeuten, dass man dann auch von Anfang an spielt, was jetzt auch nicht auszuschließen ist. Aber enorm wichtig ist es, dass man letztendlich auch mit den Spielern spricht, mit den Spielern letztendlich auch sich austauscht. Mir ist es einfach wichtig, dass ich weiß, was für Dinge ihn vielleicht auch privat umtreiben und so. Und auch mal über seine Position, wo fühlt er sich wohl, wo können wir ihn unterstützen. Aber natürlich auch ganz klare Vorgaben, was wir von ihm erwarten. Und das sind die Dinge, die man machen kann, machen muss. Und ich denke schon, dass es für ihn wichtig ist. Ich glaube, wenn man so die letzte Saison sieht, klar, man hat vielleicht so im Hinterkopf noch den Ausgang der Saison, aber hat über weite Strecken in der Saison einfach auch herausragend gespielt. Er hat gezeigt, was für eine Qualität er hat. Und das wünschen wir uns natürlich auch hier bei der Nationalmannschaft.